Achtung Leute! Frische Neuigkeiten direkt aus China. Aber zuerst abonnieren Sie unseren Kanal. Das ganze Land lacht über Habeck. Und nein, das ist kein Scherz. Wieder einmal steht ein grüner Politiker im Rampenlicht. Diesmal will er China und Südkorea besuchen, doch er ist bereits in Skandale verwickelt. Und das macht in den sozialen Medien bereits Schlagzeilen. Alle reden darüber. Und es gibt noch mehr. Wir haben eine super interessante Geschichte über Habeck entdeckt. Er sprach über die Schuld seiner Großeltern, ein heikles, aber wissenswertes Thema. Wir wollen besser verstehen, wer dieser zukünftige Bundeskanzler und derzeitige Wirtschaftsminister hier in Deutschland ist. Deshalb freuen wir uns, dieses Video mit Ihnen zu teilen. Es ist wirklich unglaublich. Aber Bereherburg und Habeck denken tatsächlich über eine Kanzlerkandidatur nach. Die Nachricht schockiert das Internet. Und leider ist dies unsere Realität. Natürlich bringen wir auch einige Witze mit, die nicht immer so lustig sind. Aber sie gehören zur Show. Hier müssen wir realistisch sein. Wir können zwei wichtige Zahlen nicht ignorieren. Ich kann schon sagen, dass es kompliziert wird. Schauen Sie sich unbedingt alles bis zum Ende an und teilen Sie es mit Ihren Mitmenschen. Das ist entscheidend. Wenn Sie sich immer noch für Habeck und die Grünen interessieren, dann sollten Sie sich dieses Video unbedingt ansehen. Lasst uns gleich loslegen. Bevor wir uns überhaupt treffen, werfen wir einen Blick auf Habecks Besuch in China. Was ist davon zu erwarten? Nun ja, die Grünen haben schon für einige Kontroversen gesorgt. Es scheint, als hätten sie gegen viele Regeln verstoßen. Und ich glaube nicht, dass im Laden noch etwas intakt ist. Das passiert, wenn man die Dinge nicht ausbalancieren kann. Tatsächlich wurde sie bei Mechberger zu ihren Handlungen befragt. Es war, gelinde gesagt, etwas unhöflich. Also hat Mechberger nett gekontert, indem er ja gesagt hat, aber sie sind jetzt ziemlich diplomatisch, nicht wahr? Du warst vorher nicht bereit, das zu akzeptieren. Natürlich hat es funktioniert, denn ich sehe, dass hier niemand ist, der argumentieren kann. Baerbock verteidigt übrigens die Idee, Neuwahlen aus Gründen der Demokratie zu vermeiden. Nun ist sie entschlossen, Neuwahlen um jeden Preis zu verhindern und nennt dies als Begründung. Die größte Gefahr für Feinde der liberalen Demokratie im In- und Ausland bestünde darin, dass in einer anderen europäischen Demokratie vorgezogene Wahlen stattfinden würden. Das macht uns wirklich wütend. Denn eine Demokratie hängt von Wahlen ab und auch von der Einsicht, dass wir den Staffelstab weitergeben müssen, wenn wir nicht alleine regieren können. Kritiker sagen, wir hätten zwei klare Beispiele dafür, dass in Deutschland etwas furchtbar schief gelaufen sei. Meiner Meinung nach ist es genau das, was wir mit solchen Aussagen vermeiden wollen. Denn in einer Demokratie gibt es Wahlen und die Menschen in Deutschland machen Politik mit Blick auf lokale Interessen. Wenn Deutsche oder Bürger hier sagen, hey, sie machen vielleicht nicht Politik für Deutschland, sondern für Uganda, Ruanda, Luanda und Brexlan, Länder, die 100.000 Kilometer entfernt sind, dann ist es logisch, dass über Neuwahlen nachgedacht wird. Kann mir jemand erklären, was diese Aussage bedeutet? Und vor allem, glauben sie, dass es Neuwahlen geben wird, ja oder nein? Und vor allem, sollte Scholz nicht regieren, oder hoffen sie, dass er es nicht tut? Außerdem bin ich gespannt, wer ihrer Meinung nach der beste Kanzlerkandidat wäre. Vielleicht denkst du an mich selbst? Wir sind fast beim großen Auftritt von Habex in China. Zuvor muss ich jedoch zwei sehr besorgniserregende und sogar lustige Berichte hervorheben, die ich hier gefunden habe. Ich kann nicht bestätigen, ob sie wahr sind, aber ich kann mir vorstellen, dass sie wahr sind. In allen Bundesländern gab es viele Insolvenzen. Die Höchstzahl der Insolvenzen erreichte einen Rekordwert von 1.000. Und wer das für einen Witz hält, ist leider keiner. Im Vergleich zum Vorjahr gingen in diesem Jahr mehr als 26 Prozent mehr Unternehmen in Konkurs. Das ist eine ernste Sache, denn es ist traurig, so viele Unternehmen schließen zu sehen. Für die Grünen scheint es, dass alle Unternehmen negativ gesehen werden. Aber wir reden über kleine Unternehmen, wie Eisdielen, Ärzte und viele andere. Es gibt auch Arbeiter, die jetzt arbeitslos sind. Das bedeutet, dass wir dieses Problem energisch angehen müssen. Es gibt nicht nur Insolvenzen, sondern auch Arbeitsplatzverluste und Arbeitslosigkeit. Manch einer mag vielleicht schelmisch darüber nachdenken, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, aber darüber hinaus ist die Situation in Deutschland wirklich besorgniserregend. Es ist traurig zu sehen, dass diese Probleme in den Medien nicht hervorgehoben werden, nicht einmal bei großen Sendern. Worüber wir nicht viel hören, ist, dass es eine Insolvenzwelle gibt. Und dazu gibt es übrigens auch noch ein weiteres Video. Der Vorschlag, als Kalifat von Haldenwangen zu regieren, wird derzeit diskutiert. Aber ehrlich gesagt fange ich gerade erst an zu verstehen, was das bedeutet. Lassen Sie uns nun über die Reise nach China sprechen. Wie können wir China überzeugend davon überzeugen, umweltfreundlichere Praktiken einzuführen? Es scheint, dass es diesbezüglich bereits Diskussionen gibt. Mit dem Zeigefinger nach oben, als würde ein Lehrer Aufmerksamkeit erregen, sind wir manchmal nicht in der glaubwürdigen Position, Projekte anzukündigen. Manchmal ist die Lage in Deutschland genauso ernst wie in Venezuela. Und schauen Sie, was da passiert. Hyperinflation, die Währung liegt am Boden und die Bürger werden immer ärmer. Damit liegen wir bei den Standortbedingungen nur auf Platz 24. Wie kann Habecks wirklich behaupten, sich für die Verbesserung der Position Deutschlands einzusetzen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das erinnert mich an die Zeit, als du in der Schule schlechte Noten hattest und versuchtest, deine Eltern davon zu überzeugen, dass du viel lernst. Jeder würde sagen, Mann, du hast die falsche Strategie gewählt. Nachdem man etwas Neues gelernt hat, ändern sich manchmal die Dinge. Lassen Sie uns hier innehalten. Als Nachhilfelehrer oder einfach als jemand, der aus der Ferne zuschaut, ist es wirklich überraschend, was passiert. Haben Sie gehört, was die EU, insbesondere Ursula von der Leyen und vielleicht die Grünen, planen? Wir scheinen auf die nächste Katastrophe zuzusteuern. Sie erkennen jetzt, dass Elektroautos in Deutschland aufgrund schlechter lokaler Bedingungen nicht wettbewerbsfähig sind. Das eröffnet Spielraum für die Chinesen, die gut verkaufen und mit Strafzöllen drohen. Das bedeutet, dass wir am Ende unsere eigenen Produkte besteuern würden. Die Folgen werden immer besorgniserregender. Was genau hat Habecks auf dieser Reise nach China erreicht? War es lustig, peinlich oder ein Erfolg? Ich würde gerne Ihre Meinung hören. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen. Es ist entscheidend, dass wir nicht zulassen, dass dieser Mann Kanzler wird. Ihre Hilfe ist unerlässlich. Bis zum nächsten Mal.